. Ja, damit Pfeffer. Ja, der Angriff auf Birgfabrik auf der Innkante. Dann ist der Lecker. Ja, der Wipe ist der Post wert auf dem Komischee. Ja, dann auch noch mal. Ja, aber auch mit, wie gesagt. Unser Feuer ist doch was Schönes. Die Trainingsläufe. Ja, hier ist der Lübeling. Pfeffer. Ja, David Pfeffer. Ja. 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 Ach, mir war das ist mein Schuss. Wim! Ich übergeb mich. Michel сюда geht bei. Da sah sie sich an das hoch aus. Ah, dann guckt man sich da fast zusammen. Neue Fahrer. Wir fahren und werden dann noch mal versuchen, nicht da ran zu kommen und weiter weiter. Aber das will ich nicht mehr machen. Weil wir jetzt schon überlegen, deswegen fahren. Ja, das ist nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es passt, es geht, so wie das hier gesagt, es passen Sie doch einfach. Und Southgate, the Southgate family, einige Runden noch zu fahren, 7 nütz, Röhm an der Flache. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Dann eben Sushi Stumpe und dann Jani Bennecker, absolut Hobbyfahrer, durch und durch, mit so weit Kostümpe und dann nochmal ein Ellbücher. Dann Sushi und Hülsak, natürlich. Guter Stahl und auch die Hülsak. Die Bennecker fühlt sich immer noch. Jetzt von außen versucht Hülsak, aber jetzt ist immer noch Jan Bennecker. Dann von außen Christoph Hülsak ist aber kein Krautgemachst gegen Jan Bennecker. Was ist los? Gut, wir haben, wir machen den Ball im Moment mal aufsitzen. Sitz! Ja, ja, nee! Da war gerade zwei Runden! Ja, so für den Untermittag vor Sushi! Und, ja, ja! Ich habe mir die Adola rausgetragen, ja! Aber da leuchtet er doch sehr schnell! Mal auf! Im Hause Beneka! Wah! Juntück, Wah! 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 Wahnunter! Ja, und los. Jetzt haben wir die 4 gewinnen und die Endes-Rohenlage. Die Endes-Rohenlage, die Endes-Rohenlage übernommen von Endes-Rohenlage. Eine Runde noch zu fahren. Das steht noch ganz dick mit den beiden. Da auch noch wieder fast zusammen. Es ist ganz einfach sitzen, weil alle Heile bleiben wie heute. Die Endes-Rohenlage, die Endes-Rohenlage. Die Endes-Rohenlage. Die Endes-Rohenlage. Die Endes-Rohenlage. Die Eiss-Rohenlage. Die Endes-Rohenlage. Die Endes-Rohenlage. In St from the 80 RPM. Norddeutscher Rundfunk Schreie Da werden wir mal sehen, Heidi Stolzenberg mit Startnummer 6, die 41 von Fabian Stützke und wir sind unterwegs und das ist Miko Ricca, der der erste, der die Kurve einfahren wird, aber immer nicht, die Ausführung, die 41 von Fabian Stützke. Achterplatz, die M beim Eisbietweg. Ja, bitte. Alter, du Scheiße, ich will Kind von dir. Ja, und Julia ein kleines bisschen überrascht in den Start von Marke Hünschrücker. Sie hat Mühe, sie festzuhalten, aber sie kommt wieder zu mir drüber. Wir fahren vorne und Marke Hünschrücker hat mal über den Schulter gesehen und hat dann gesehen, die wir hatten ein kleines bisschen Mühe. Aber Julia, der kommt noch raus und dumm und der kommt noch zum Sieg. Ja, ich bin ein kleines bisschen überrascht. Ja, ich bin ein kleines bisschen überrascht. Vielen Dank.